hallo und herzlich willkommen zurück bei 70s to die 209, ok 209, ok So, da drüben noch. So... Und jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Ähm... Lass mich mal hoch. So. Er hat geschwitten. So, da drüben noch. So, da drüben. So, da drüben. Gut. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Kort 16 Uhr, ein bisschen Zeit haben wir noch. Musik 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 Das Zusammengeld haben wir als 10. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So Noin Ja komm, blick dich drauf da So Neun War es leichter, aber irgendwann muss ich herunterkommen Ich heb das noch ein Klee hoch Das war's. 18 Uhr. Ich sollte mir dann mal mein Zeug holen. Oh, meine. So, das ist einmal hier. So. Oh. So. Oh. So. Ich bin meiner Meinung, das reicht. The shape. The rotation. So, jetzt gehen wir mal runter und so ein Zeug holen. So. So. Komm, geht rum. Oh. Ich mag nicht, dass das hier rumlückt. Aua. Ja. Ja. So, die war's. Ähm. Schmelzen. Schmelzen. So, das geht einmal raus. Das geht auch raus. Das geht auch raus. Es kommt so. Das da geht raus. Ähm. Wir brauchen aber dafür ein bisschen davon. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Schaut gut aus. Schaut auf jeden Fall ausreichend aus. Okay. Dann brauchen wir noch das und das. Dann geben wir weg. Einmal das, das und das. Einmal recht. Werkzeug. Geben wir das raus und das raus. Und dann schauen wir mal, ob die Nacht wird besser wird. Gehen wir jetzt mal. Moment. Habe ich da was vergessen? Wieso habe ich da noch einen Motor? Houston, we have a problem. Ich habe da nur etwas vergessen. Da guck ich hab ich jetzt gerade Stress. Wieso hatte ich dann noch einen Generator? Hängt doch hier alles, oder? Weiß es nicht. Gut, wir haben noch zwei Stunden, das war jetzt durch, aber mir ist nichts passiert, Gott sei Dank. Sollten wir da hinten die Leitern aufhängen. Gut, dann lassen wir den mal da. Wir hoffen, den brauchen wir heute nicht. So, ja, es gehört nicht in die Gas, das ist mal getauscht. Da haben wir sonst nichts essen. Manchmal das mit trinken. Manchmal das mit. Gut. Was soll hier noch raus? Steiner, Lehm und Messing. Das Tor ist fertig, cool. Aber nicht nur heute Nacht. Essen, trinken, etc. haben wir alles. Dann kommen wir beim nächsten Mal am drüben Anfang zum Aufbauen. Was sind wir da? So, na komm. Danke. Ja. Wunderbar. Dank immer, würde ich sagen, jetzt rüber. Oh. Abmarsch. Ich habe hier eine Energie, habe ich noch mit. So, dann schauen wir mal. Schauen wir das jetzt noch zu. Irgendwas überhaupt zu. Oh, schaut gut aus. So. Und jetzt kann man uns damit befassen. Gut. Oh, es sollte reichen. Da kommt das hin. Und das hin. Und auf der neuen brauchen wir bitte normale Blöcke. da. So. Gut, wir sind's an. Es ist aber auch gleich soweit. Ich fühle mich hier vollständig sicher. Genau. Und so. Nein, Mann, Mann. Damit sollten wir jetzt nicht hämmern. Hoffen wir mal, es klappt. Aber lassen wir es ruhig offen. Wir sollen ruhig wissen, da geht es lang. Wir sollen hier. Es geht um die Möge, mich zu hören. Ich bin der Zweite. Ich kann euch die Möge mit dabei. Ich bin der Schiff. Lass sie mir viel. Zitzen kann ich leider nicht aus, Schiff. Gäst zu machen, ich schiff ihnen die Möge-Fanz. Ich bin der Schiff. Ich habe mir das gelieft. Da brauche ich nur noch irgendwas, was hier auch wirklich umbringt, wie zum Beispiel ein Blubber? Das war's für heute. Ja, schon hatte ich mir das vorgestellt. Ja, schon hatte ich mir das. Da unten hat man jetzt ein paar Stromkabel zusammengebracht. Untertitelung des ZDF, 2020 Der hat sich da durchgepackt, der Sack. Der hat sich da durchgepackt, der Sack. Der hat sich da durchgepackt. Der hat sich da durchgepackt. Das könnten wir mal reparieren. Der hat sich da durchgepackt. Der hat sich da durchgepackt. Der hat sich da durchgepackt. Okay. Okay. So lassen wir uns essen. Okay. 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 Let's go. Okay. 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 Ah, ja, danke. Eh, dünchen. Sag mal. Das war's für heute. Das war's für heute. Ein paar Granaten werden noch nicht gewesen, da runter zu schmeißen. Das funktioniert doch ganz gut. Das allerdings die Endstelle da so verdammt gut funktioniert, hätte ich mir auch nicht gedacht. Das war's für heute. Okay, also die Sprünge schaffen's da hoch. Das ist jetzt weniger lustig. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Seven. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich würde sagen, das haben wir überstanden. Okay. Das war's für heute. Uh? Hmm? Okay. Oh. Okay. Okay. Achtung mal. Also, soviel haben wir jetzt gar nicht verbraucht. Da können wir ein bisschen was rausgeben, da auch. Scheint aber ganz gut gekappt zu haben, wenn man sich das jetzt so anschaut. Ah, das hier ist irgendwie so ihre besondere Engstelle, die haben sie besonders gern. Ja, ich werde zwar reparieren müssen, aber damit habe ich ja sowieso gerechnet. Da sich das halt alles auf die paar Stellen hier konzentriert. Ah, da haben sie einen Kreis geschaufelt. Verstehe. Ja, jetzt wäre es ideal zum Durchschauen und dann zum Auswechsamen. Das kann man lesen, ich glaube wir haben ja keine mehr. Rezeptieren. Ja, die Munition war fast alle, aber gut, ich hätte ja noch den normalen Kreis. Okay. Ah, das Ding hat sich bewährt. Gut, jetzt haben wir da drüben meine Türe bekommen, habe ich gesehen. So, warte mal, das war der Generator fürs Hochschauen, gell. Schrecklich mich da. Generator im Inventar. So, da. Wie weit bist du? Es ist zu weit, dass man dich nehmen könnte. Gut. Na komm. Dankeschön. kann man natürlich mitnehmen bei der nacht oder oder Good month, Radar! Next. so da wenn uns jetzt mal da rein ich habe doch hier jetzt muss man elektrisch noch betreiben oder was ja also einfach so machen dann kommen uns vielleicht alle durch stiegen was was haben wir da alles? wir haben eine Alchemiebensch wir haben eine Werkbank und nur eine zweite bauen wir haben einen Tementmischer wir haben die Schmelzer da würde ich aber oben drüber gerne das bauen Mist ok da kommt rein das, was ist das? da kommt noch die zweite dazu hier könnten wir dann da könnte man alles nehmen nein, nichts von dem brauche ich jetzt dann nehmen wir halt das dynamischer Tisch ja, nehmen wir einen dynamischen Tisch zapp, zapp, zapp warte mal möchtet ihr nicht da drüben? ok ok so hier machen wir zumindest auf jeden Fall mal so fressen 2, 3, 4 ah, das müssen wir eh noch umbauen hier und mindestens noch eine dran ich würde fast sagen 2, damit wir hier noch einen schönen Anfang können können verpasst so aber dieses Mal würde ich sagen für heute ist Schluss ich sage mal tschüss, tschau Papa und bis zum nächsten Mal jetzt bitte und dann